Alle in Inbus, in Bus reinmännisch. Oh, OneManHami, Alter. Nach hinten durchrutschen, vorne rein, Bus, Ticket lösen und nach hinten, bitte. Ich bin natürlich wieder ein Schwarzfahrer. Vorne rein, Ticket lösen. Ja, ihr könnt rein und kapiert der Bus. Oh, nein. Die ganzen Rucksack-Touristen, ihr wisst ihr? Oh, das ist eine schöne Gegend hier. Ey, komm, ich treff nicht. Ich will auf den Schoß vom Busfahrer. Wenn der jetzt mehr Granate hereinschmecht. Guck mal, ich sitze. Kriegt ihr das gebacken, oder Johnny? Wo ist der Bus? Ja, das ist ein passender Fall hier drin. Seid ihr alle da? Nein, nein. Ich gucke noch den Bus gerade. Ist das ein Bus? Ja. Als Frage. Darf ich dir eine klatschen, oder? Ja. Okay. Ah, da ist er. Ähm. Warte, warte. Gut, mein Typ winkt schon hier. Und da vorne macht irgendwelche Zugungen wunderbar. Der dreht sich, der hat wohl gelitten. Also euer Bus hier ist echt sehr intelligent. Party Bus. Und damit sage ich schon mal. Servus, Y und Day, machen wir das Day 4, ey. Jawohl. Und wie gesagt, ich habe vor, ihr habt alle euer Ticket gelöst. Die ganzen Rucksack-Touristen hier. Und wir spielen heute Let's Fang mit externer Ansicht. Ihr seht es schon. Keine Ahnung, mir gefällt es einfach externer Ansicht. Deswegen spielen wir das. So. Und ja. Let's Fang. Das heißt, ihr dürft mich töten mit dem Einsatzschild. Und. Das war's. Also nur mit dem Einsatzschild. Und ich bin natürlich wieder fies unterwegs mit meiner Shotgun, die ich habe. Meiner Spaß. Mit meinen Flashbangs und meinen Throne Knife. Und ja. Da würde ich sagen, ihr bleibt erst mal im Bus. Und ich werde mich erst mal ein bisschen so verziehen. Jeder, weil ich bin der Erste, der zu gut ist. Wer bist du? Der Erste, der zu gut ist. Naja, wie du heißt. Wer heißt du? Witzko. Witzko. Witzko, okay. Ich kann's jetzt los. Hey, hier ist eine Granatte. Eine Nate raus. Danke für die Nate. Ja, das war eine ganz so cool. Wir dürfen nicht nur ein Schild holen. Und Stieb ist da oben. Ach, wir dürfen uns gegenseitig töten. Verdammt. Wir verstehen. Hallo. Wir dürfen schon mal auf. He, bitte. Da hat doch eine gerade ein Messer geworfen. Ich bin aber schon verwirrt. Was? Hier ist mein Bus. Was? Nein. Hier seid ihr gerade mit dem Bus gefahren. Nee, ich. Also wenn ich jetzt verliere, ich habe durch die übelst fiesig, krasse Megatank. Geh da bitte mal kurz weg. Ah, auf ihn. Nein. Ähm, Black Toast, kannst du mal kurz da weg? Danke. Nein, nein, du. Geh weg. Ey. Ey, wir müssen wir erstmal rauslassen, das ist ja das zu fies. Ich habe dich probiert. Wirklich. Töte den. Janik, du kannst auch von uns zu glitchen. Das lässt du. Hier, stopp, stopp, stopp. Mein Fab ist gerade abgeschmiert. Stopp. Geh mal weg kurz. Nicht weggehen. Oh, ja. Janik, nicht glitchen. Oh, ja. Mal, lol, 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 lol. Nein. Ich habe keine Kanaden. Verdammt. Ja. Ich will doch nicht glitchen. Nein. Kennst du dich doch? Steve, kleiner Tipp, setz dich auf dein Ding. Ach, Steve, ey, jetzt habe ich keine Lust mehr. Was, ins MG? Ach, Toast, die ist gestorben. Oh, das tut mir leid, hä, bissl. Komm uns zu drehen bei dir, hä? Ne, oder? Ach, okay. So, was mit euch los? Wollt ihr nicht reinkommen? Wir kommen nicht rein. Ne? Kommt, geht vor. Vor. Hallo, vor geht. Oh, nein. Geh weg. Oh, nein. Oh, sorry. Dankeschön. Oh, nein, nein. Danke, wer auch immer mich getötet hat. Danke schön. Wollen wir aus dem Eliminator eigentlich wieder raus werden? So, jetzt ans MG. Die Frage, warum habe ich einen Schnellschuss? Nein, das ist doch ein bisschen unpraktisch, das Ding. Da wartet du nicht. Na, komm. Na, komm. Habt du keine Lust? Ist er da oben? Ja, er ist oben. Kletter besser nicht hoch. Steve, hinter dir. Hallo. Da. Du Affe. Na, komm. Hier ist so eine Leiter noch. Oh. Jetzt können wir keine Schilddrücke mehr machen. Los. Hey. Ich bin Wacken deckt. Ich steh in der Wand. Ich steh auf der Wand. Godplace, die Reifen sind fertig. Ja. Ah. Stammt. Schnell. Ab durchs Fenster. Ab durch die Mitte. Hä? Ihr kennt die Map bestimmt nie, oder? Doch. Doch. Ich sterbe einfach nicht über euren Seiten. Ach. Ah. Eierkuchen. Ach. Ach. Loll. Rehn fertig. Jawohl. Ey, hier da hinten mit dem Einsatzschild. Kommt mal her. Mit dem Einsatzschild? Hm. Meinst du die? Ja, meine ich die. Da wo die vorwärts sind. Komm mal hier hin. Angehittet. Moment mal. Nein. Was? Ey, dein. Ja. Komm mal hier hin. Was? Ist jetzt echt gerade meine Scheiß-Kickste auf mich drauf geflogen. Ja. Schaut's euch mal an. Okay, das war eine relativ lange Einwärmphase, aber ich würde sagen, doch aller guten Ding ist ein Zweier. Ja. Gut, willkommen zurück in der zweiten Runde. Ähm. Ja. Wir haben gerade gesehen, wie es nicht geht. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen zeigen, dass es so auch anders geht, würde ich sagen. Also im Sinne von auch mal ein paar mehr töten. Abwarten. Weil die externe an sich ist zwar echt geil so, aber irgendwie kommt mir das so vor, als würde das alles länger dauern mit töten und so. Also schubst echt mal ab und zu mal auf so'n Gegner. Oh, das passiert einfach nicht. Wir dürfen schon zum Bus gehen. Ach, das geht los. Oh. Na klar. Äh, ne. Nochmal. Wie jetzt nochmal? Bist du schon gestorben? Nein, nein, nein. So ist nicht. Diesmal nicht. Wo bist du denn? Wo bist du denn? Äh, keine Ahnung. Steve. Ich bin bei einer Baustelle oder so. Probleme. Wo ist Steve? Nein. Ich weiß Steve. Hallo Steve. Äh. Wo ist denn Steve? Wo ist denn Steve? Wo ist denn Steve? Wie unschön ist denn das bitte von euch? Wie assi? Ich bin beim Bus. Lukas. Ach, beim Bus bist du. Okay, warte, komm mal. Ich könnte es dir sagen, wer es war. Komm, Steve. Warte, ich komme zum Bus. So viele. Ich komme zum Bus. Hilfe, ich habe dich angehittet einmal. Dankeschön. Ah, da ist er, da ist er, da ist er. Beim Bus. Mach ruhig. Wer hat die Flash geworfen, ich sehe nichts. Oh, ich sehe nichts. Hilfe. Hey, wo ist er hin? Nein. Nein, der ist auch lang, der ist hier hinten lang. Da läuft der auch. Ach nee, das war gar nicht Steve. Wartei? Ja. Wartei. Ha ha ha. Ach, Lukas, ich benehm dir. Jetzt, komm. Komm. Fress meine Pumpgun Munition. Achtung, bleib hinten, ich werfen wir Nate. Äh. Du weißt schon, dass du nur Schilden lösen darfst, oder? Dürfen wir nix nicht werfen? Nein, nö. Schade. Und wenn du es mit krieg wirste? Boah, wie Assi ist denn das hier? Ich krieg aus die Toast. Ich krieg aus die Toast. So, gute Chillen. Oh, hm. Wenn da was. Ja, Moment. Ah, hier. Kass, lass kämpfen. Kass. Ich spiel nicht, du nicht spiel nicht. Nein. Ey, ehrlich. Na? Boah, ey, geht doch mal alle weg, bitte? Nee. Nö, nö. Wie viel das denn vor allen Dingen? Nee. Das ist kein Steve. Boah. Nein, das ist Steve. Also da oben ist ein Steve, oder? Nee. Nee. Doch da oben, glaub ich. Na komm. Jetzt werfen meine Vorräte hier hin, ja? Lukas, wo haben wir jetzt irgendeine Schildkröße? Da oben, komm. Nein, keine Schildkröße, sind wir bei... Irgendwas? Ja. Nee. Achso, das kann tödlich ein bisschen was ihr da macht. Oh, lol. Umkreist die Vorräte. Oh, oh. Aufheben. Und drückt da. Drückt da auf die. Drückt da auf die. Drückt da auf die. Sexy. Ich hab' sie. Ich hab' sie. Töte ihn. Komm schon. Doch. Ich könnte die Predator einfach mal einlösen. Einfach in dem Engel zünden, egal wer stirbt. Das war der Fall, sorry. Predator einlösen. Lukas, ich schaff's noch. Ihr träumt, ihr träumt nachts davon. Fleisch. Hier wird man nur geblockt, alter. Ich hab' Interesse daran. Ich hab' Interesse an deinem Tod, kann das sein? Ja, das könnte sein. Ja. Glosscouple, ich mach' ihn fertig. Aber um eine Schätze anzug zu kriegen, das dauert. Musst mir erstmal jede Gliedmaße abschießen. Lukas, er ist auf einem Haus. Nur, wenn ich ja kein Mensch ist. Da hab' ich ne Idee. Ich weiß wo, was hab' ich gesehen. Nein, scheiße. Oh, nein, ich jetzt. Krieg's mir nicht, nee. Ich hab' ihn. 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 Los. Los, fall' ab. Los, fall' ab. Gib' ihn. Mein letzter Fall. Nein. Ach komm. Nein. Gott, du hast dich nicht davon erschlagen. Ja, doch. Das ist doch gerade der Sinn der Sache. So, na dann. Der ist nach oben. Der ist nach oben. Der ist tot. Ähm. Er ist tot. Ja. Ja. Soviel dazu. Ich glaub' Eliminator war doch nicht so gut. Ich glaub' Eliminator war doch nicht so gut. Und die Rucksack-Touristen haben gewonnen. Auch auf unfaire Art und Weise. Ich lass' einfach mal dabei. Ich reg' mich jetzt nicht drüber auf. Und ja, ich hätte eigentlich mal gewinnen können. Aber wenn es mir nicht gönnt, ist okay. Ist okay. Ich geh' mir jetzt wieder mal ein Taschentuch holen. Und dann wüsst' ihr Bescheid. So. Ach schade. In diesem Sinne würde ich sagen, hau'n's da rin. Und das war's jetzt vom Let's Fang mit externer Ansicht. Auch mal was anderes würde ich sagen. So nebenbei mal ganz gemütliche Runde. Und jo. Puh's da rin. Tschüss. 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 Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.